Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 43 und ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Woche und ich hoffe, ihr konntet vielleicht die ein oder andere Bergtour gerade an diesem wunderschönen Wochenende umsetzen. Das Wetter hätte ja perfekt gestimmt. Ich persönlich war ein wenig unterwegs und habe auch wirklich ein paar schöne Fotos gemacht und ich weiß noch nicht, ob ich die irgendwo dann vielleicht zeige. Vielleicht findet ihr dann die auch auf Instagram, auf meinem Alpenbeakademy Instagram Kanal. Da werde ich vielleicht das ein oder andere Foto der Tour, der morgendlichen Tour gestern hochladen und da, da muss ich sagen, da hatte ich tatsächlich mal wieder großen Spaß daran, auch mal etwas früher wegzugehen und auch mal wieder einen großen Spaß daran, mit dem Pech der morgendlichen Diesigkeit, des morgendlichen Nebels mich zu konfrontieren und zu hoffen, dass über genau diesen Nebelschwaden dann vielleicht doch noch das gute Wetter wartet. Also genau so ging es dann tatsächlich gestern auf. Das ist ein ganz nettes Erlebnis, wenn man mal wieder etwas Pech und Glück zugleich hat, denn ohne das Pech gäbe es ja auch gar kein Glück. Das heißt, wenn wir bei schlechtem oder bei gutem Wetter weggehen und dann am Ende gutes Wetter haben, dann hatten wir natürlich kein Glück, denn wir waren eigentlich die ganze Zeit schon darauf vorbereitet, dass das Wetter wunderschön sein würde und wir haben uns eigentlich auch überhaupt nicht darüber gefreut, als wir oben angekommen sind, dass das Wetter letzten Endes auch tatsächlich schön war. Denn es war ja vorherzusehen. Viel besser ist das natürlich, wenn man mit schlechtem Wetter konfrontiert wird, denn dann fühlt man sich natürlich gleich viel besser, wenn man oben ankommt und dann auch nochmal mit wunderschönem Ausblick belohnt wird. Man hat das Gefühl, etwas unter den eigenen Erwartungen zu starten, aber dafür wird man dann in die Höhe gehoben, wortwörtlich auch in der Erwartungshaltung, gerade am Ende des Tages. Sprechen wir heute über das Thema Sneakers und Flipflops. Im Prinzip ist das etwas plakativ, aber gerade die symptomatische Situation der Sneakers und Flipflops am Berg ist eigentlich recht repräsentativ für das, was heute in den Bergen tatsächlich oftmals gesehen wird, was oft passiert und was man eben auch als Außenstehender vielleicht oft beobachten kann. Nicht nur auf den bekanntersten Bergen und nicht nur auf den touristisch erschlossenen Bergen widmen wir uns heute der Möglichkeit, immer leichter und immer einfacher unterwegs zu sein. Die Einfachheit, die kommt ja eigentlich aus den 60er und 70er Jahren des Bergsteigens. Hier wurde in den Alpen gerade mit den einfachsten Mitteln die komplexesten Möglichkeiten des Bergsteigens erforscht. Man könnte natürlich noch weiter zurückgehen in die Zeiten eines Paul Preuss, wo auch hier mit einfachen Mitteln und extrem komplexen Herausforderungen jongliert wurde und eine kleine Gratwanderung jedes Mal bei einer neuen Bergtour unternommen wurde. Anders ist das aber eigentlich schon in den 60er und 70er Jahren gewesen, da die Touren nochmal deutlich in ihrer Komplexität gewachsen sind. Natürlich waren die Mittel schon etwas besser, die Schuhe wurden schon etwas robuster und trotzdem etwas leichter, das Gewand wurde etwas verbessert und insgesamt gab es mehr Möglichkeiten, sich selbst auch irgendwie sicherer zu bewegen. Aber die Schwierigkeiten stiegen rasant um ein Vielfaches verglichen mit den Schwierigkeiten der 20er Jahre. Die Ausrüstung wurde aber nur um ein wenig besser. Also könnte man sagen, wenn man die Ausrüstung in Relation zur Schwierigkeit setzen möchte, dann waren die Jahre zwischen 1950 und 1975 wahrscheinlich die beeindruckendsten im Alpinismus. Heute kehren wir bewusst in diese Zeit zurück. Wir nehmen uns die Zeit und überlegen, welche Ausrüstung wir eigentlich auf einer Bergtour wirklich brauchen. Die Zeiten, als man mit 60 und 70 Liter Rucksäcken auf Tagestouren gegangen ist, nur um herauszufinden, dass man vielleicht die meisten Gegenstände überhaupt nicht brauchen hätte können und sie eigentlich nur zur Sicherheit dabei gehabt hat. Ja, diese Zeiten sind schon lange vorbei. Denn faktisch ist es so, dass wir eigentlich mit viel weniger zurechtkommen in den Bergen. Wir reduzieren das Maß an Ausrüstung immer weiter, nur um zu erkennen, wo eigentlich die tatsächlichen Limits sind. Früher haben wir die Limits unseres Rucksacksvolumens genutzt und alles mitgenommen, was wir eventuell brauchen könnten. Heute nutzen wir die Limits des Möglichen, reduzieren so viel wir können, um schneller und um leichter und letzten Endes in unserer Wahrnehmung auch besser zu sein. Tatsächlich erliegen wir hier aber einem Irrtum. Wir sind nicht deshalb besser, weil wir leichter sind und wir sind auch nicht deshalb leichter, weil wir vielleicht Dinge weglassen. Wir sind leichter, weil wir uns in unseren eigenen Möglichkeiten bewusst beschneiden. Manche dieser Beschneidungen sind definitiv sinnvoll, wenn man zum Beispiel bei einer Sommerwanderung auf 1000 Metern Seehöhe die Steigeisen weglässt, dann ist diese Beschneidung der Ausrüstung definitiv sinnvoll, denn sie reduziert Gewicht, das wir ohnehin definitiv nicht brauchen werden. Anders ist das aber bei sinnvoller Ausrüstung, die abgelegt wird, nur um das Maximum an Zeit, Leichtigkeit und vielleicht auch dem geringstmöglichen Packmaß herauszuholen. Wir sprechen also von dem Erste-Hilfe-Paket, das weggelassen wird und wir sprechen auch vom Biwaksack. Dinge, die wir in einer Notsituation am Berg definitiv brauchen können, die werden mittlerweile auch gerne weggelassen, weil sie Platz brauchen. Die größte Steigerungsstufe in diesem Wahn ist definitiv das Trailrunning. Ein Sport, der sich in den letzten Jahren definitiv weiterentwickelt hat. Die Ausrüstung wurde immer, immer, immer leichter. Die Ausrüstung wurde auch immer effizienter. Dinge werden heute so verwendet, wie wir uns das vielleicht vor vielen Jahren noch gar nicht hätten vorstellen können. Eine Trinkflasche existiert im Trailrunning gar nicht mehr. Wir reden von Flasks, wir reden von flexiblen, kleinen, aus Kunststoff gefertigten Blasen mit einem kleinen Schraubaufsatz, aus dem wir trinken können. Diese werden nicht mehr in einem Rucksack gelagert, nein, sie werden vorne an der Schulter befestigt in speziellen Halterungen, die nicht in einem Rucksack liegen, sondern die tatsächlich an einer Weste angebracht werden, die wir uns umhängen. Wir laufen nicht mit einem Rucksack, denn das wäre unbequem und wäre nicht effizient, sondern wir laufen mit einer Laufweste. Diese Weste hat Platz für 4 bis maximal 12 Liter Inhalt. Da packen wir dann vielleicht noch eine Rettungsdecke ein und vielleicht noch eine kleine und dünne Regenjacke, falls es doch zu regnen beginnen sollte. In den Wintermonaten, dann kommen da vielleicht noch Grödel rein, aber das ist definitiv schon eher eine Ausnahme, denn manchmal haben wir dann für den Winter schon mal eigene Ultralight Trailrunning Schuhe. Ich möchte diesen Trend auch überhaupt nicht verurteilen. Ich möchte überhaupt nicht sagen, dass das in irgendeiner Weise schlecht oder gut ist, sondern es ist einfach nur eine Feststellung, dass diese Entwicklung in den letzten Jahren sehr an Fahrt aufgenommen hat. Die Entwicklung des Trailrunnings war aber auch ein Schritt in die Verbreitung als Massensport. Trailrunning kommt eigentlich aus der Verknüpfung zwischen dem Bergsport und dem Laufsport. Es ist diese typische Kombination und dabei entstehen natürlich Mechanismen, die wir so als Gruppe und Gesellschaft der Bergsteiger gar nicht beeinflussen können, auch nicht als Trailrunner. Für uns Bergsteiger war es irgendwann die logische Konsequenz, dass wir anfangen müssen, in die Berge zu laufen, wenn uns das Gehen in den Bergen zu langweilig wird. Das ist definitiv nicht neu und es ist auch kein Trend der letzten Jahre. Schon Hans Kammerlander und Reinhold Messner haben zu ihren Zeiten, als sie 8000er bestiegen haben in den 70er Jahren, damit angefangen auf die Berge hoch zu laufen, um sich damit besser auf das 8000er Bergsteigen vorzubereiten. Sie wollten ihr Herz aufs Maximum trainieren und haben so ihre Leistungsfähigkeit immer weiter gepusht. Reinhold Messner sagt selbst, dass er teilweise für 1500 Meter Höhenmeter gerade mal unter einer Stunde gebraucht hat. So schnell war er. Das kann man definitiv schon als Laufen bezeichnen und das auch noch bergauf und bergab sowieso. Es ging aber ihnen dabei nicht unbedingt um das Laufen per se. Es ging auch nicht darum, Abwechslung in ihren Alltag zu bringen. Es ging vielmehr um die Vorbereitung auf eine andere Herausforderung, auf eine viel größere Herausforderung, die so viele kognitive und physische Kapazitäten in Anspruch nehmen würde, dass man sich auf den Faktor der Leistung gar nicht mehr konzentrieren kann und schon von vornherein davon ausgehen können muss, dass die passen wird. Und vor allen Dingen die kardiovaskuläre Leistung eben dem entspricht, was die Anforderungen so sagen. Gut, man könnte natürlich sagen, dass Reinhold Messner auch Spaß daran gehabt haben wird, dass er die Berge hochläuft, während andere Leute mit schwerem Rucksack versuchen, da qualvoll innerhalb eines Tages oben anzukommen. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Heute jedoch ist das Trailrunning Mittel zum Zweck. Wir haben es verändert. Wir stehen heute vor der Frage, wieso wir eigentlich laufend in den Bergen unterwegs sind. Und gerade wenn ich mich mit Leuten in einer ruhigen Minute mal unterhalte, oben am Gipfel, dann meinen sie, dass es lustig ist, schnell zu sein und schnell wieder unten zu sein. Es ist ein gutes Gefühl, Leute, die gehen, zu überholen. Es ist ein gutes Gefühl, am Vormittag loszustarten und noch am Vormittag wieder zu Hause anzukommen. All das vermittelt den Menschen das Gefühl, dass sie eine höhere Leistung erbracht haben, als wenn sie quasi einfach nur zu Fuß gehend den Berg erklommen hätten. Gut, das sei ihnen unbenommen. Natürlich kann man während dem Aufstieg mit diesen Leuten nicht darüber sprechen, denn da haben sie keine Zeit dafür. Man muss immer bedenken, dass diese Leute natürlich auf ihre Uhr schauen und die Zeit messen. Und ihnen ist wichtig, dass sie so schnell wie möglich oben sind und dass sie irgendeinen eigenen persönlichen Rekord brechen oder vielleicht auf Strava irgendeinen anderen Rekord von jemand anderem brechen. All das ist natürlich eine sportliche Disziplin und hat eigentlich mit dem grundsätzlichen Bergsteigen nichts mehr zu tun. Es hat sich also eine Art Subkultur entwickelt in den Bergen, genauso wie das mit den Mountainbikern über die Jahre eben auch passiert ist und genauso wie das mit den Weitwanderern irgendwann passiert ist, die nochmal eine ganz andere Dynamik in die Berge mitbringen, da sie mit einem Vielfachen an Gewicht unterwegs sind und deutlich langsamer und mit deutlich mehr Besinnung für das Wesentliche unterwegs sind. Denn Fakt ist, dass man sich natürlich nicht so besinnlich mit der Natur beschäftigen kann, wenn man versuchen muss, innerhalb von einer Stunde die 1000 Höhenmeter zu überwinden, als wenn man vielleicht dafür 6, 7 oder 8 Stunden Zeit hat. Man kann sich theoretisch alle 100 Höhenmeter irgendwo hinsetzen und sich besinnen und schauen, wo man eigentlich herkommt. Schauen, wie viel man schon geschafft hat und überlegen, was man jetzt für neue Eindrücke sammelt gegenüber der letzten Stunde. All das ist etwas, wofür der Trailrunner keine Zeit mehr hat. Das alles spiegelt sich natürlich auch in der Ausrüstung wieder und diese Ausrüstung, um die soll es heute irgendwo auch gehen. Ausrüstung ist etwas, was meinen Kanal, die Alpen Academy, aber auch viele Menschen da draußen natürlich beschäftigt. Es geht darum, wie man effizient, effektiv und vielleicht auch kostengünstig in den Bergen unterwegs sein kann und letztlich das Ziel erreichen kann, das man eben auch erreichen möchte. Vielleicht möchte man eine Hochtour gehen, vielleicht möchte man einen Trailrun absolvieren und vielleicht möchte man Ultralight irgendwo eine klassische Fels-Tour klettern. All das sind vollkommen unterschiedliche Disziplinen, die eine Vielzahl an Variationen von Ausrüstung benötigen. Natürlich hat auch der Markt das irgendwann erkannt und stellt dementsprechend auch in jeder Subdisziplin des Bergsports 5 Millionen verschiedene Artikel zur Überwindung dieser Hindernisse zur Verfügung. Natürlich sind die teilweise etwas teurer und teilweise etwas günstiger, aber Fakt ist, dass wir Bergsteiger generell ein Konsumproblem haben. Das Problem liegt übrigens nicht dabei, dass wir ein Problem damit haben, wie man das jetzt vielleicht in einem anderen Kontext so formulieren würde, wenn jemand ein Problem mit Alkohol hat und dementsprechend ein Alkoholproblem hat, sondern wir haben das Problem damit, dass wir konsumieren müssen, um in gewisser Weise unseren Sport so ausüben zu können. Wer Sport klettern geht beispielsweise, der kann sich nicht einfach nichts kaufen und dann mit dem Sport klettern loslegen. Nein, ein gewisses Mindestmaß an Ausrüstung ist notwendig, um diesen Sport überhaupt ausüben zu können. Da geht es nicht mal darum, ob man sicher oder unsicher den Sport ausübt, sondern da geht es überhaupt darum, mal den Sport grundsätzlich ausüben zu können. Das ist etwas, das unterscheidet sich nicht wirklich von anderen Sportarten. Wer Fußball spielen will, der braucht jedenfalls einen Fußball. Er braucht vielleicht nicht unbedingt Fußballschuhe, aber der Fußball wird definitiv notwendig sein. Als Kinder haben wir uns behelfsmäßig da ausgeholfen. Wir haben vielleicht keinen Fußball gehabt, na gut, dann haben wir halt einfach irgendeinen Spielball genommen, den wir als Kinder so oder so hätten. Wir haben keine Tore gehabt, wir hatten keinen Fußballplatz. Wir haben uns eben mit unseren Westen ein eigenes Tor gebastelt. Und wenn der Ball da durchgerollt ist, dann war es eben ein Tor und wenn nicht, dann nicht. Natürlich führte das manchmal auch zu streithaften Diskussionen, ob der Ball jetzt eigentlich über der Weste war, neben der Weste oder auf der anderen Seite neben der Weste hinter einem vorbeigerollt ist. Aber all das zeigt im Prinzip, wir brauchen ein gewisses Mindestmaß für die meisten Sportarten, selbst für das Laufen, wo man immer sagt, dass das Laufen eigentlich ein sehr ausrüstungsarmer Sport ist. Aber wenn ich mir manche Spitzenathleten im Laufen anschaue, die haben mehr Ausrüstung dabei, als ich manchmal auf der ein oder anderen leichten Wandertour. Insofern, ganz so ist es dann eben auch nicht. Also bleiben wir doch einfach mal kurz dabei und vereinfachen wir diese Thematik, indem wir sagen, jeder Sport hat so eine gewisse Grundausrüstung, die notwendig ist, um ihn ausüben zu können. Teilweise vielleicht auch nur dann notwendig, wenn man ihn vernünftig ausüben will. Aber sei es drum, hören wir auf mit der Erbsenzählerei und beschäftigen uns mit der Tatsache, dass Bergsport natürlich ein teurer Sport ist und keineswegs günstig. Jetzt gibt es aber in den letzten Jahren eine Bewegung, und die gibt es definitiv schon seit langem, und da muss ich dann auch nochmal kurz einen Spagat zu Reinhold Messner finden, die sich damit beschäftigt, wie man ganz anders in die Berge geht. Diese Bewegung hat sich aber nicht daraus gebildet, dass man sich tatsächlich mit dem Bergsport und den Elementen darin auseinandergesetzt hat, sondern sie ist dadurch entstanden, dass Menschen kein Interesse und kein Geld für diesen Bergsport, so in diesem Stil, wie wir ihn kennen, hatten. Ein klassisches Beispiel, oder ich habe dafür auch mehrere klassische Beispiele, wäre zum Beispiel die Zugspitze. Auf der Zugspitze werden immer wieder Leute von der Bergrettung gerettet, die mit Sneakern unterwegs sind. Die sind mit ihren ganz normalen Turnschuhen da hoch unterwegs, weil sie nicht wissen, dass man mit einer vernünftigen Ausrüstung anrücken sollte. Natürlich handelt es sich manchmal auch um pure Ignoranz. Manchmal glaubt man einfach, etwas viel besser zu können. Leider handelt es sich dann gerade bei diesen Personen oftmals um sehr junge Leute, um Studenten, um Menschen, die auf der einen Seite auch nicht die finanziellen Kapazitäten hätten, sich andere Ausrüstung zuzulegen, und auf der anderen Seite aber auch nicht darauf verzichten wollen, eben diesem Trend nachzugehen. Und Bergsport ist ein Trend, ob wir das jetzt nun wollen oder nicht. Und in vielen Bereichen hat man eben das Gefühl, dass man sich diese Sicherheit oder die Ausrüstung, die man für eine gewisse Disziplin braucht, nicht unbedingt kaufen muss. Man hat das Gefühl, dass man die Wahl hat und auch unter anderen Umständen da hochkommt. Ein Grund dafür ist natürlich, dass viele Menschen diese Touren tatsächlich auch so schaffen. Es gibt Leute, die mit den Laufschuhen auf der Zugspitze waren, teilweise auch über das Höllental. Es gibt Leute, die waren mit den Flipflops in der Nordkette über Innsbruck. Diese Menschen gibt es und die anderen Leute beobachten und fragen natürlich nach, ob das möglich ist. Und diese Leute, die das geschafft haben, die geben einfach nur die ehrliche Auskunft, Ja, das war tatsächlich möglich. Das habe ich so gemacht. Das gibt natürlich ein positives Feedback und gibt natürlich auch einen Anreiz dafür, es so zu wiederholen. Das alles ist aber eigentlich für uns Bergsteiger zweitrang. Glauben wir zumindest. Denn wir glauben ja, dass die Menschen, die anderen quasi, die Leute, die Unvernünftigen, die Leute, die wir auf Facebook immer beleidigen, wenn ein Posting gepostet wird, wo man die Bergrettung sehen kann und so weiter, dass diese Menschen mit uns nichts zu tun haben. Dass wir ja die Vernünftigen sind und die die Idioten. Tatsächlich ist es aber so, dass wenn wir uns eingehender mit diesen angeblichen Idioten beschäftigen, sehen, dass es einen viel an Gründen gibt, warum diese Menschen so unterwegs sind, wie sie es nun mal sind und nicht alle davon sind unvernünftig. Manche davon sind einfach nur unwissend und wenn Blödheit unter Strafe stehen würde, dann kann man davon ausgehen, dass wir alle irgendwann mal inhaftiert werden würden. Insofern sollte man Abstand davon nehmen, diese Menschen grundsätzlich als Idioten zu bezeichnen, auch wenn sie vielleicht einfach nur aus Unwissenheit so handeln. Der gesunde Menschenverstand ist etwas, was wir in den Bergen sehr gerne voraussetzen. Gerade wir erfahreneren Bergsteiger, wir sind Leute, die gerne mal sagen, naja, das hätte man ja wissen müssen, naja, das hätte man ja eigentlich einschätzen können müssen und so weiter. Wir sollten hier aber einen etwas liberaleren Zugang finden. Wir sollten hier vielleicht etwas mehr auf die Menschen eingehen und zugehen, wenn wir denn das Interesse daran haben, sie zu kritisieren. Wir sollten sie nicht kritisieren, wenn wir eigentlich von den Umständen keine Ahnung haben und wir sollten sie definitiv kritisieren, wenn wir wissen, dass die Umstände eigentlich dumme waren. Natürlich gibt es Menschen, und ich möchte gar nicht sagen, dass es eine Minderheit ist, die vielleicht aus reiner Ignoranz so rücksichtslos handeln und dann vielleicht mit Sneakers und Flipflops in die Berge steigen. Sie gefährden nicht nur sich selbst, sie gefährden auch andere Menschen. Man stelle sich vor, jemand würde am Höllental-Klettersteig hoch zur Zugspitze nur mit Sneaker am Klettersteig unterwegs sein und kein Klettersteig-Set dabei haben. Würde dieser Mensch abstürzen, könnte es sein, dass er auf jemand anderen drauffällt. Und egal, ob mit Helm oder ohne, die Chancen, so einen Sturz, einen ungebremsten Sturz, auf einen anderen Menschen als der untere zu überleben, die sind wahr gering. Das Problem daran ist aber eigentlich nicht nur, dass er ein Selbstgefährder und ein Fremdgefährder ist, sondern auch, dass viele Menschen hier eben nicht die Einsicht haben, dass sie tatsächlich ein solcher Mensch werden könnten. Der Erfolg gibt den Menschen recht, das sagt man ja so gerne, aber tatsächlich ist es so, dass der Erfolg keine gute oder schlechte Handlung relativieren oder erklären kann. Der Erfolg ist im Prinzip immer nur eine Momentaufnahme von einer Situation, die sich gerade in den Bergen, und das wissen wir alle zu Genüge, sehr schnell ändern kann. Jeder Mensch ist anders, jeder Tag am Berg ebenso. Und das alles zusammen sagt eben nichts darüber aus, ob der eine Erfolgreiche schlauer, besser oder intelligenter war, als der andere, der vielleicht nicht erfolgreich war. Kommen wir zurück zu den Sneaker. Die Sneaker sind ein Symptom, des rücksichtslosen, aber vielleicht auch des uninformierten Bergsports. Tatsächlich kann man das aber pauschal eigentlich gar nicht so sagen. Es wäre frech, jedem Menschen, der nur mit Sneakern unterwegs ist, eine pure Blödheit zu unterstellen. Tatsächlich ist es vielmehr so, dass auch erfahrene Alpinisten wie Reinhold Messner in ihren 70er Jahren mit Sneakern auf den Geißlerspitzen unterwegs waren. Es gibt Bilder von Hans Kammerlander, wie er in weißen Vans, ich glaube es waren Vans, es könnten auch andere Sneaker gewesen sein, mit diesen Schuhen, irgendwo im Zillertal unterwegs war und trainiert hat auf steilsten und felsigen Bergen. Das waren Schuhe, die jedenfalls nicht für solche Bergtouren geeignet waren und er hätte definitiv auch bessere Bergschuhe zu Hause stehen gehabt, nachdem er ja kurz zuvor auch irgendwo in Nepal oder in Pakistan unterwegs war und hier fotografiert wurde mit soliden Bergschuhen. Er wollte aber leicht und schnell sein und eben dieses Training mit den 1000, 1500 Höhenmetern trainieren und das alles hat ihn eben dazu veranlasst, nur mit Sneakern unterwegs zu sein. Hier würde niemand auf die Idee kommen und behaupten, dass dieser Mensch fahrlässig und unverantwortlich handelt. Der Star-Status gibt ihm die Möglichkeit zu tun, was er will und alle Leute akzeptieren es. Hätte Hans Kammerlander bei seinem Training oder auch Reinhold Messner bei seinem Training in seinen weißen Sneakern einen fatalen Fehler gemacht oder wäre ausgerutscht und abgestürzt, hätte niemand die Dreistigkeit gehabt und zu behaupten, dass er zu blöd war, mit korrekter Ausrüstung unterwegs zu sein oder dass er uninformiert war. Jeder würde sagen, dass das einfach nur vernünftig ist, in seiner Situation mit solch einer Ausrüstung zu trainieren. Es liegt also eine gewisse Doppelmoral vor, wenn wir auf der einen Seite die Menschen für ihre sparsame Ausrüstung kritisieren und auf der anderen Seite aber gleichzeitig jene, die als Helden gefeiert werden im Alpinismus, alles durchgehen lassen. Wir sollten uns also schon entscheiden, ob wir Menschen dafür verurteilen, mit weißen Sneakern in den Bergen und im Hochgebirge unterwegs zu sein oder ob wir sie alles tun lassen, was sie wollen, weil es letztlich ihre eigene Entscheidung ist. Ich sage nicht, dass das ein oder andere besser ist. Es gilt hier für jeden selbst, für jeden Zuhörer und jede Zuhörerin selbst zu beurteilen, was richtig und was falsch ist. Trotzdem, auch wenn man hier eine eigene Beurteilung vollzogen hat, dann darf man immer noch nicht davon ausgehen, dass jeder diese Beurteilung auch hören möchte. Man kann für sich selbst entscheiden, ob man diese Leute dumm findet oder sparsam. Aber letztlich obliegt es auch diesen Menschen, ob sie es überhaupt interessieren muss, was man selbst denkt. Und auch das müssen wir ihnen letztlich zugestehen. Wir sollten uns natürlich fragen, ob diese Form der Ausstattung in den Bergen intelligent ist. Für mich persönlich bleibt es schon so, dass ich lieber habe, wenn die Menschen gut ausgestattet und gut ausgerüstet und vor allen Dingen auch mit Notfallausrüstung wie einer Regenjacke oder einem Biwaksack oder einem Erste-Hilfe-Paket in den Bergen unterwegs sind. Ich persönlich sehe das deutlich lieber als Menschen, die mit ihren Flipflops irgendwo in der Nordkette hängen. Ein Exempel statuiert wird natürlich jedes Mal aufs Neue, wenn gerade diese Menschen dann Hilfe brauchen, weil sie tatsächlich nicht vorankommen. Und das rückt natürlich auch alle Leute in ein schlechtes Licht, die trotz dieser Ausrüstung sehr beachtliche Leistungen vollziehen können. Da muss man aber ehrlicherweise auch sagen, dass das dann letztlich eher die Ausnahme ist, die mit den weißen Sneakern vielleicht die Geißlerspitzen erfolgreich besteigen, ohne irgendwo in eine problematische Situation zu kommen. Wir reduzieren unsere Ausrüstung letztlich nämlich auch mit einem gewissen Sicherheitsverlust. Natürlich können wir mit den weißen Sneakern oder die Farbe ist eigentlich scheißegal, mit Sneakern grundsätzlich in die Berge gehen, auch gerne ins Hochgebirge, aber wir verlieren dadurch an Sicherheit. Ganz beispielhaft dafür wäre zum Beispiel eine Gletscherbegehung mit Kategorie B-Schuhen. Natürlich sind diese Schuhe nicht perfekt dafür geeignet. Kategorie C- oder D-Schuhe wären viel sicherer, aber wir machen hier einen Kompromiss und wollen vielleicht leichter unterwegs sein, weil es zum Beispiel nur ein kurzes und kleines Gletscherstück ist. Wir haben die Tour als großes Ganzes im Kopf und sehen, dass wir eigentlich mit den B-Schuhen zurechtkommen und nur dieses kurze Stück am Gletscher eigentlich ein kleines Hindernis darstellen würde. Wir kaufen uns also auch Steigeisen, die für Kategorie B-Schuhe geeignet sind, also vorne und hinten einen Korb haben. Das Problem ist aber, dass diese Steigeisen viel schlechter am Fuß halten, dadurch, dass ihr Aufbau und ihre Konstruktion sehr viel weicher und flexibler sein muss, um bei diesen weichen und flexiblen Schuhen eben auch dran passen zu können. Das bedeutet, wenn hier jemand das Steigeisen am Gletscher verliert, dann steht er erstmal ohne da, was in manchen Situationen sehr problematisch sein kann. Diese Menschen haben also diesen Verzicht auf zusätzliche Ausrüstung oder auf andere Ausrüstung ganz bewusst für sich entschieden, müssen aber dann eben auch mit den Nachteilen leben. Das heißt, ob wir letztlich bewusst oder unbewusst mit der falschen Ausrüstung unterwegs sind, das ist ganz individuell. Das ist bei jedem Menschen im Prinzip anders. Das heißt, wir können nicht immer nur von der Ignoranz und Blödheit der Menschen ausgehen, wie vorher schon erwähnt. Wir müssen aber auch überlegen, wie wir mit Menschen und vor allen Dingen über Menschen, die so anders in den Bergen einen ganz anderen Zugang zu Ausrüstung und Sicherheit haben, eigentlich reden. Reden wir über sie schlecht, dann werden sie eigentlich oftmals nur stur und renitent. Denn das kennen wir auch aus anderen Bereichen. Wenn man Menschen bevormundet, wenn man Menschen erklärt, dass sie doof sind, dann sind sie oftmals eher so geeicht, dass sie dann tatsächlich erst ihr Recht das Blöde machen. Also sie erst Recht irgendwie mit schlechterer Ausrüstung unterwegs sind und gerade wenn man ihnen vielleicht dann auch zusprechen muss, dass ihre Tour vielleicht erfolgreich war, aber es trotzdem unvernünftig ist, sie mit diesem Erfolg argumentieren. Wir wollen am Berg ein Unglück vermeiden. Ob wir dafür korrekt ausgerüstet sind oder nicht, das ist vollkommen egal. Wir wollen eigentlich nur, dass weder ich selber als Bergsteiger noch der mein Umfeld, egal wie es ausgestattet ist, einem Unglück unterliegt, irgendeinen Absturz erleidet oder sonst irgendwie in eine Notsituation gerät. Aber das alles wird letztlich auch zu einer gesellschaftlichen Frage. Wir müssen uns trennen von der Frage, was ich persönlich oder du persönlich davon hältst, dass Menschen vollkommen unerfahren in Jogginghose und Sneakern irgendwo auf einem T5-Weg unterwegs sind, auf einem schweren Bergweg, im zweiten Schwierigkeitsgrad der Kletterei beispielsweise. Wir müssen das dadurch, dass wir eben eine Gesellschaft sind und dadurch auch eine Gemeinschaft sind, deutlich ganzheitlicher betrachten und uns die Frage stellen, wie wir diese Menschen vielleicht trotzdem dazu bewegen, mehr darüber nachzudenken. Wir sind ja auch nicht auf einer Mission. Wir sind keine Mormonen und nicht bei Scientology. Wir könnten Menschen einfach nur einen Blick aus den Fenstern bieten, um zu zeigen, hey, diese Ausrüstungsgegenstände, die wir verwenden, die sind tatsächlich sinnvoll. Wir verpflichten niemanden, sie zu verwenden, aber wir können vielleicht ein Tor öffnen, wo wir auch irgendwo sagen, glaubst du nicht, dass es Sinn macht, mit einem entsprechenden Schuhwerk im Hochgebirge unterwegs zu sein. Aber hier kann man auch nochmal den Spagat zu den Trailrunnern machen und sagen, ein schlechtes Vorbild wäre eigentlich der Trailrunner, denn er zeigt ja immer wieder auf, wie mit wenig Ausrüstung und mit einem geringen Sicherheitspolster sehr, sehr vieles und sehr beeindruckendes möglich ist. Wenn man sich überlegt, welche Leute man mit Trailrunning-Schuhen heute schon teilweise auf 4000 Metern sehen kann, ist das schon ziemlich beachtlich und definitiv macht es nicht den Eindruck, dass die Menschen nun vorsichtiger sein sollten oder sein werden, dass sie sich passendere Ausrüstung zulegen, wenn sie solche Bilder im Internet beispielsweise sehen. Ich denke da auch an dieses eine Video, das ich mir mal im Livestream mit euch zusammen angesehen habe, wo man diesen einen YouTuber sehen konnte, der auf den 4000er Breithorn geht. Es war im Großen und Ganzen ein schreckliches und seltsames Video, aber am Ende des Tages kann man sagen, dass er doch tatsächlich bewiesen hat, wie einfach und selbstverständlich es ist, solche Berge zu besteigen. Ironischerweise hat er es ganz einfach geschafft, natürlich auch unter Strapazen, aber er als jemand, der noch nie auf einem wirklichen Berg stand, er hat es geschafft, auf diesen Berg zu steigen und das ist natürlich ein Signal, das er ausstrahlt, selbst wenn er danach behauptet, dass dieses Signal eigentlich so nicht ausgestrahlt werden soll. Jedes Mal, wenn ich ein Bild posten möchte, überlege ich, welche Ausrüstung man von mir dabei überhaupt sehen kann, was für einen Eindruck so ein Bild vermitteln könnte. Wenn diese verantwortungsvolle Umgangsweise selbstverständlich wäre und wir uns überlegen, mit was für einer Signalwirkung wir Bergsteiger eigentlich immer wieder unterwegs sind und das nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch direkt am Berg, dann wird uns vielleicht auch eher bewusst, dass wir einem Menschen, der vielleicht unverantwortlich mit einer abgespeckten Ausrüstung unterwegs ist, nichts vorwerfen können, da wir es selbst vielleicht gar nicht besser machen. Selbst wenn wir erfahrener sind und selbst wenn wir wissen, was wir tun, was wir oftmals oder viel öfter eben nicht wissen, als wir glauben, es zu tun, dann können wir den Menschen ja auch nicht vorwerfen, dass sie in ihrer Unwissenheit so handeln wie wir. Wir sind ein Vorbild und wir sind gleichzeitig ein Abbild unserer Erfahrungen. Die Menschen sollten auf der einen Seite wissen, mit was für einer Ausrüstung sie unterwegs sein sollten, aber auf der anderen Seite sollte man auch klar kommunizieren, dass wir eben dadurch, dass wir ein Abbild unserer Erfahrungen sind, genau mit dieser Ausrüstung vielleicht am Ende des Tages gerade als Trailrunner zurechtkommen. Wir Menschen sind eben doch nicht immer nur eine Momentaufnahme, sondern eine Summe unserer Erfahrungen. Das bedeutet, für Leute, die neu in den Bergen sind und für die Studenten, die sich vielleicht nicht gerade über eine große Investition in den Bergsport freuen, dass wir ihnen trotzdem auch mitteilen können, dass sie, wenn sie uns so nachahmen und so mit abgespeckter Ausrüstung und ohne Erste-Hilfe-Paket und ohne Biwaksack unterwegs sind, oder das muss ich gar nicht nur auf Studenten beschränken, ich meine, das kann ja im Prinzip jede Bevölkerungsgruppe grundsätzlich treffen, dass sie einfach ein anderes Risiko eingehen, als wenn wir das machen. Damit müssen wir uns nicht unbedingt überheblich präsentieren. Wir müssen nicht sagen, dass wir die Besseren sind oder irgendetwas besser machen, als sie es tun. Wir müssen lediglich aufzeigen, und das möglichst klar und verständlich, dass es Unterschiede gibt, ob man 20 Jahre Erfahrung, 2 Jahre Erfahrung oder 2 Tage Erfahrung in den Bergen hat. Und das sich natürlich auch sehr fundamental auf die Ausrüstung auswirken kann. Wir Menschen sind alle gleich und wir Menschen sind alle eine Gesellschaft, aber gerade in unseren Erfahrungen ändert sich dann letztlich doch vieles in der Praxis. Am Ende des Tages sollte man nicht vergessen, Aristoteles und Plato haben den Begriff der Gesellschaft sehr klar definiert. Das ist eine größere Gruppe von Menschen, die in einem Zusammenhang wechselseitig eingebrachter Interessen und Fähigkeiten stehen. Und wenn das beim Bergsport nicht gilt, ja was denn dann sonst? Wir teilen uns genau dieses Interesse, aber leider eben nicht die Fähigkeiten. Und wenn wir manchmal mit gleicher Ausrüstung unterwegs sind, dann kann es sein, dass wir das gleiche Interesse, aber ganz andere Fähigkeiten haben. Darüber sollten wir in der Tat einmal nachdenken. Ich freue mich wie immer über eure Rückmeldung, ich freue mich wie immer über euren Input, bleibt freundlich und sachlich wie immer, schreibt es gerne in die Kommentare oder auch gerne per Mail an kontakt at alpenacademy.at Ihr findet alle Informationen dazu, wie ihr mit mir Kontakt aufnehmen könnt, auch nochmal in der Podcast Beschreibung. Ich freue mich Dankeschön. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.